wenn die Freude wenn die Beile bei uns tun und die Lärz ist los die Köln der Start-up guckt ihn euch an ich zeige ihn euch mal und wird Abilieger zu spät er hat er ist er hat es sechs stehende Kippel Minigang gedroppt das jetzt leider und welcher von euch Spasten hat sich jetzt abgeschafft? ich hab gerade einen im Flugzeug gekillt den Piloten oder den Beifahrer? Beide! Es war ja nur ein Pilot Martin auf dem Turm wo unser Team Treffpunkt war und jetzt andere ist ich geh zu Penny Boy und Kelly Ide Schade ist gestorben Ja Digger guck mal wer hinter dir ist Du Ach ne! Und? Was fällt dir auf? Die Schildblase Ey Penny Boy! Hat er dich tot? Er hat mir einen Hit gegeben Die der Loste verkackt gara Nein! Nein! Ich hab ihn in der Luft gekillt Ja der springt immer Leute der Typ ist Lost Der hat immer nur dieselbe Technik Der ist wie ein Bot What? Aber was das Beste ist Weil der Kipp wird mir die ganze Steine vergnügen wenn man so lange schießt Alter was campen die Okay Okay ich klatsch die jetzt Die können sich mal auf was gefasst machen Alter Und dann kommt jetzt Michael Johannes Äh Der kann grad noch nicht Schade Ja Ja hier tun ja Türme bewachen Oh Penny Boy! Du bist so tot! Du Brot! Hä wo? Wo lebt der denn jetzt? Hä? Ey der bist du Nosekin Hängegleiter Vielleicht hat er keinen Vielleicht hat er sich nur Penny Boy gekauft Vielleicht hat er sich nur Penny Boy gekauft Ach du bist so Ach du bist so Du willst ihn nennen Hä? Er ist in nem Flugzeug drin Leute ich hab ihn an Ich mein wo er kämpfen möchte Er geht auf die Rakete Dumme Idee Richtig dumme Idee Oja Da gtb Typen Wenn ich ihn treffe dann treffe i ihn headshot Oh moin Penny Boy Landet der bei dir Nö er geht zum Flughafen Soll ich Flughafen wir schützen ne? Ne 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 Mach's schon alles gut Lass sie nur Lass sie jetzt nur versuchen ja wieder den flugzeug die von der anderen seite ich hab da schon ganz ich hab da schon 277 gegeben deswegen hatte ja ja den habe ich 77 gegeben aber ich bin nicht mehr wenn die bei ich habe ja nie mehr habe ich lass hinter mir sein ich muss mir skam und ich kaufe die ich hab so wenig Leben der Helm das lieber was er gemacht hat vorbeigeflogen es hat dann aber zu mir hochgesprungen hat in die Dabelschamp oder so hat er zu viele Rechte die Welt gespielt oder was? ja der kann einfach doppel springen ich hab ihn mit unserem Teammate komplett auseinander genommen kein Bock kannst du dich bitte auf der anderen nachseite schneiden? hab ich grad vor der eine verpisst sich schade der eine kommt zu dir oh Pennyboy 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 lautet bei mir aus singa du keck ein Hitze scheiße von links von vorne und von rechts aber doch ok ok ich hab so viel AP alter ja ich hab übelst viel AP junge übelst geil ja und ich hab ne kippwelt mini gane gekriegt von dem Gegner und ich hab zu Wort nein das war der freundliche Dude ja ich hab gott den freundlichen Duden von der vierte Gapampe warte wie hieß der Scheinwerper ja ich glaub schon sorry Dude ich hab dich nicht erfüllt ok das ist eigentlich was schon absichtlich aber war nicht beabsichtigt ich hab nicht ich hab nicht ich ich er versteckt sich hinter mir die 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 auch die 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 ich bin runter gesprungen ich habe den ersten 175er sniper hat gegeben und den anderen habe ich dann und den habe ich gleich weiter noch im sturm gewehr ich bin ich spioniere ich bin ein spion ich spioniere wird geschossen ja er ist tot spion bett egal die der soziale ja da kommt der der mit der sniper schießt wie mit der karte was ist eigentlich wie ein agentenoutfit machen für die zucker michael crew lol ist ja scheiße im autofahrer alter nix bei mir rum oder so ein soldatenskin da habe ich schon das perfekte einer wenn die boys auf nahkampf mit mir na alter ich hab so jetzt hat scheinwerfen schweinwerfen dings revanch gekriegt ich habe mich killen lassen wie findest du an agenten skinne ich will nur auf die rakete ich mag diesen kick hier töten das könnte felsen seine wegen dem skinne weißt du wie felsen sagt das ist nicht der roboters fundament das ist hier gab oder so das ist das von der messers echt name hier gab es warte 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 nein ich wollte auch wieder mit dem team entschreien mein bester freund der mich nicht mehr kennt ich hab gedacht mich ist mein bester freund mein bester freund der mich nicht kennt ich will dich nicht töten ich will dich nicht töten ich will dich nicht töten ich bin dir dein geheimer geld das habe ich ja vergessen ich will dich gar nicht töten ich will dich nicht töten michi ich bin doch nur ein agent oder ja wenn du kannst du ein agent sein sag dir was sagt ne wenn ich jetzt die welt habe dann nenn ich meine basis zockerwande äh was ja deswegen weil ich dann verdammt bin und ich weiß dass ich am anfang gedacht habe weil bei dir im stream steht dir immer zockerwande war ja auch ich bagge ja so heftig rum ich habe was gekriegt ich bagge so heftig rum alter ist von von milchene die ehrenmann 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 er spricht er springt sie zu mir runter ich drücke kurz pappelt er geht wieder hoch er springt noch eine etage runter ich springe ihm nach stehe so hinter ihm geben noch ein paar mit ich bin da ich bin ein geheim agent niemand findet mich 7 hp weil dieser spaß doch schon wieder es geht doch wieder interessiert kein nennen ich habe ihn doch gehitter bin ich direkt ein guter kämpfe ist auf jeden fall besser als alle nicht lässt und dann behaupten dass sie es nicht tun ja ich hab den schreit schon gesehen warte 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 nein er wartet nicht ich versuche mich jetzt mit ihm anzufreuen die die ihre acht nö keine k k k k k k k k weißt du was meine hauptwaffe ist ja der gegner hat überlebt von zwei seiten wird eine agenda angegriffen okay bin tot wir haben den helikopter noch ein hit gegeben nicht töten nicht töten lassen lassen macht den herz tanz ja nein 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 wer hat mich getötet wieso was hab ich ihm getan ich habe ihn gekillt nice das war unser mate nein das war nicht unser mate echt? nein ich konnte ihm schaden machen hat gar nicht mir runter gefallen Junge mach einen tanz mach einen tanz Junge mach Gegner ist diese Banane die ist fast tot die hat noch 1 HP oder so ist der da oben? ne die ist bei mir unten die teamt das ist die Team Banane die hat noch 1 HP weil ich ihr 2 weil ich hier ein Pumper Truck gegeben hab und noch mein Bauchschot ich kann dir eh keinen Schaden machen Rudi ich hab 13 K Münzen er hat den komplett rasiert ja er hat 1 HP wir haben noch 1 das ist unser teammate der will auch Team ich mach ich mach über die Köpfe was soll ich machen? sie denkt sich so ich bin ein Geheimagent was soll ich machen? Leute snipen sehr gut au okay auftrag ihn zu töten tsch tsch aber nicht unsere Kollegin töten nicht Team Banane ich habe ihn gekillt ich bin nicht zu uns um kill und um kill harmlose gegner ich mache jetzt auch sneak hier dass diese diese die geheimagent bei euch landet einer glaubt ist ein team mit ich bin mir aber nicht die Das war's. Der Heimatländer hat Auftrag abgeschlossen. Digga, warum gehen die alle auf? Ich hab noch grad... Mann, ihr seid schon echt ne Töte. Er hat was getötet hat. Er tot ist. Säme, was du? Säme, was du? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Flieg höher, flieg höher, flieg höher Flieg höher, flieg höher Okay, reicht Jetzt stillstehen Ja Ich wünsche, ich könnte mit-snipe, ne? Zu lange kann ich hier was auf YouTube schauen, ne? Wenn mein Live-Stream Stimmt, den gibt's ja auch noch Heute ist doch gar nicht live WTF Michi? Ah, ich nicht sehn Live-Chat von Michi Du hast die 30 Avos geknackt Ja, Mann, Leute ich hab den 30 Er niemals live geknackt, Dinger Wah Flieg weiter! Wer hat angegriffen? Wer hat angegriffen? ich bin jetzt 30 Abos was hat Michael geschrieben? What the fuck? Michi Aja Michi das ist 30 Abos Setzgau er hat mich gekillt der der neben mir ist ja der kann ich ja nicht spielen, der ist mein teammate schau, schau, du grad be like schau, Michi er ist tot Michi, schau, schau, schau du grad be like es kassiert instanten snipe, Junge er will nur stabben und kriegst dann das snipe, vielleicht fanny boy der wege au oh, scheiße das ist kein teammate, was? ich hab ihm doch grad nen Headshot gegeben wie kann er keinen Schaden gekriegt haben? au ich hab von irgendwo nen Snipe kassiert von einem von den Spaß ich weiß von wem der steht auf der Haku der steht auf der Haku ja, ich hab mir ein 78er Snipe kassiert gegeben ja, ich hab mir ein 78er Snipe kassiert gegeben oh, ich bin tot nein, ich bin runtergefallen auftrag auftrag höchne lori, komm mal kurz zu mir ja, ich komm mir den in die Haku da ballern, weil da ballern, fast noch mich ich glaub ich kann einfach durch den Baum fliegen ich hab ein Geschenk für dich weil du immer mit mir Fortnite spielst und was? oh, wait ah, ich schmeiß meine Haku ach, also komm, ein Gewehr äh, ich hab's dafür, dass es kippt die Gewehr nimm du das der ist die ah wehreloser jetzt ist der weg egal, egal, wenn wir in den Boden leben ach so ah, ein Gegner hat's genommen ich hab keinen Kass ich hab schon wieder ein Gegner genommen ich hab Trommelgewehr, yeah ich hab nen Bogen womit ich alles klatschen werde er war feine Kost ich werde jetzt alle Trommelgewehren als ob wieviel Schaden macht der Bogen, Junge ich hab grad einen gewogt da ist doch der Gelände nicht, ich bin tot ja, ich hab deine Elite zerstört, Digga was hab ich für nen Aim mit meinem Bogen yay ich hab endlich ein Trommelgewehr der hätte die Elite überhaupt nicht auch selbst kaufen können oder so hätte ich aber ich bin ne faule Sau oh, aber da versuchte ich schon wieder mich zu snipen, dann doch ich hab das mal auf YouTube Schwarz gesehen habe da hat einer zu Weihnachten ein Geschenk gekriegt ja so, danke, aber ich brauch kein Geschenk alles was ich brauche ist Familie dann die Mama so, her mit dem Geschenk dann das Kind so, nö ich habe jeden tag einfach ich bin der gegner nein ich habe keine ich sollte jeder helfen ich habe ihn mit dem 260 gegeben warum wie ich habe doch keine Stadt gegeben oder ich habe gerade keine lebend der mit dem boden zu ziehen ist so schwer ich bin kurz vor dem abgrund ich habe nur die heli gekillt warte ich glaube hey unter uns ist ein gegner ich töte ihn ab abhine bei uns ist ein gegner bei dir jedoch nicht damit hat ihn geklatscht dachte gerade der welt werden gegner aber das ist sie agentauftrag alle töten er ist vor meiner nase verschwunden wo ich bin übergegnahm Okay, alles klar. Seid ihr die Tanz, ne? Nein. Ich weiß. Ich wollte nicht mehr veräffeln. Über uns sind Gegner. Zwei. Oh, wir haben keine Zeit. Seid ihr doch nicht. Unser Maid hat eingekillt, der Team wollte. Ich hab probiert, ihn zu blocken. Au, ich hab ein Cyber Headshot kassiert. Von wo? Über uns, über Gegner. Er ist runtergesprungen. Ich schwitze jetzt für meine Ehre. Okay. Okay, doch nicht. Ey, ich dachte, du willst Team Bro. Okay, kill ihn dafür. Oh, er macht... Nee, das ist der andere, der Team wollte. Die ehrenloseste Waffe. Minigun, ne? Besser. Paketwerk, was? Besser als Minigun. Rocket Launcher. Besser als Rocket Launcher. Besser. Wie das Trommelgewehr. Besser. Joom? Ach, Gega. Wir wurden fast ges συbht. Deal nicht i Margra україн. Hindi. Diga! Как du bekommst? Eine Jetpack out Bets. Diga, ich hab' ihm meinen 58er Hitgegen. giveaway!" Und jetzt trombe ich dizer! der tut mir für jeden shot aber ich will von der anderen von woanders gesnipen warst du camper schon wieder aufwacht ihn töten er ist ein blöd mann mann aufwacht ihn töten das wir kriegen b ich werde dir komplett die Ehre entgegnen gehen die der hat sich auch killen lassen ich komme zu dir rüber Kadertyp und meine Tat jetzt er tötet mich die ganze Zeit ja okay er hat eh keine RP mehr heißt er wird mich schon nicht töten können wenn er nicht mehr tötet ich ihn soll ich so eine richtig dunkle Stimme machen wenn es geht ich auf alle Gegner schieße die Gegner sind nein er bleibt er keck sein die 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 alle kann sich einfach nur mal reden okay ich rede jetzt noch mal mit dieser banan skin hier übelst weil der so blau aus blau sind halt die mails schiebt bei mir gegner tod ist aber das ist einfach das haus da wo sich äh 30 Abos Teile lol jetzt hat er noch weniger als keine HP wer tut der Copyright Trooper ich kenn die dafür ich geb mir ein faires sniper battle mit einem das freut mich bei mir teamt einer komm zu mir rüber ich mein ich mach grad faires sniper battle mit einem ich hab grad einer erschreckt oh er hat mich getroffen nein er bewegt sich nicht ich hab' bei mir teamt bei mir wird geteamed das war wenigstens faires wenn ich konnte mir hier wird geteamed sind das die Heli also du hast keine ich hab nur noch zwei Schuss mit Harbune ja ui tschau tschüss 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 die ist das Weihnachtsding wir können leute töten mich hier ich bin ehrlich irgendwie fliegt ein bisschen getrunken nö ein bisschen viel nicht getötet auch Töten oder weil ich ausgestiegen er hat sich auch getötet ehrenloser Verräter oder Verräter easy das kriegst du davon wie ich habe nur noch ein schuss ist kaputt mich hier schicken sprach noch nicht mich ich habe mir schenkt für dich da muss in den hau er kommt jetzt und ich guck mal ob er schon ist ich habe mir noch nichts bei mir noch nichts nein 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 bei mir ist er nicht online ich habe ein geschenk für dich wenn ich es finde ich bin zu verändern mir gibt es so geile Waffen warum kriege ich immer Ero-Meldungen das fackt einfach nur ab naja ja doch auf mich zu schießen junge hör doch einfach auf einfach auf du hast es nicht verdient ich habe ein geschenk für dich michi michi ich habe ein geschenk für dich ich warte im haku auf dich ok ich habe gerade einen getötet boah yo laser aber mir ist michi immer noch nicht an hoffentlich hat er mich nicht aus der freundesliste gelöscht nein warum sollte er keine ahnung ja weil du mir auch was gegeben hast habe ich dir auch was gegeben übrigens was ich dir gegeben habe war zwar nicht gekauft aber egal das habe ich ja das hat benniboy gedroppt ich habe es mir gemacht ach so dass er dieses sturmgewehr schules trommelgewehr schules trommelgewehr ich habe gerade wirklich an sonst habe ich aus der freundesliste gelöst bei mir ist einer ja dann lad ihn ein habe ich keine Ero-Meldung bei mir dann war es bei mir wahrscheinlich nur weil die ja 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 man kann jetzt diese isabelle rausholen die heißt ja aber wenn man schon links alles geöffnet hat dann könnte man das schon rausholen ja ich auch schon ja das hat ja auch und die denken das jetzt erst an machen jetzt ich habe erst jetzt alle rechte seite geschenkt schiebt schiebt ich habe gerade eine federmeldung wird im spiel gekriegt ich habe jetzt gerade gestartet ach geil ich würde da auch noch vermissen nein wir sind noch das ja nöss dann komm ich mal rein dann komm ich mal rein oh bruh die 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 ich habe die 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 hinzufügen immer etwas ich dachte er war einmal ich dachte der war einmal drin jetzt schenken die 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 nur noch zwei Tage aber auch zu hoch und die 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 ich bin immer noch traurig das schärft die 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 du kannst vergessen dass ich mit dir zu wie die 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 ich bin ich bin auch wieder nicht egal und bei der hier auf die Gänste hatten weit mit mir geschnitten das sind Fingern geschnitten ja der Wachmittlisten aber auch wenn ich habe mich nicht mehr und er hat mich an ich habe zu sagen da auch nicht mehr er und hat sich nicht nur mit die KG was das mit er hat ihn wenn ich hätte ich habe geschenkt für dich weil du kriegst wir haben es nicht einladen ich habe mich einladen kann weil er an der gähnen Michael, guck mal, was hier in der Waffe da ist. Hier ist wieder einer gelandet. Er hat keinen Korbwandel. Ab ihn. Genau. Oh, f**k. Ja, wie lieber Stop kommt wieder, ja? wo ist der heli ich hab michis wunsch und ich kenne mich auch gekillt jungen dort ist ja das hier ich konnte nicht mehr bewegen aber okay brah ganze minute nicht war es jung wie milch da gesagt hat zu dem eingehen dass er die beste Rentschen ist gelungen nachgottes Schmachstisch erledigt man hat mich gesorgt jetzt schon nicht hoch Kinder habe ich nicht gelegt der Kind hoch Genau! Genau, Furi! Oh, verdammt! Furi, Furi. Furi, Furi. Furi! Furi! Furi. Furi. und der Schrotflinte die kenne ich gar nicht Schocksteller hat sich da noch mit mit den Köttern konnten dann immer wieder einer beim wir landen wieder voll viele regal vorbei Ist das so gut? Ja? Was ist da? Was ist das so gut? Ja was geht zu Gerda. Sieht das so gut. Ich sch Cem, ich schieke ich, ich schieke ich. Das ist der König, das ist der König! Easy! Das ist ein Pin, das ist ein widespreadaster, weiß nicht! Ich bin kein Pin! Das ist dasина für ein Pin! ich will gesnipt der oder eine linke nicht Ja, Headshot. Oh, geil, zwei Sniper-Hits. Äh, nur so, man hört euch schnell auf dem Spielkanal. Weil ihr erst beide anhabt, ihr Spaß schon. Äh, wir spielen. Ja. Ich weiß, was sie sich von vorne müssen, der. Ja. Müsste das Spiel keiner rausmachen, ne? Dann hätten wir welches Spielkanal. Ja, der sitzt jetzt nicht in der Luft. Hey, ist das nicht Copyrighted? Das ist nicht Copyrighted. Ich hätte gesagt, du kriegst alles Copyright. Ja, weil ich keinen Plan habe. Ich habe da immer keinen Plan, ich bin zu lost. Genau, oder? Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. 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 Ich bin alleine zu Hause. Super. Aber wieso? Okay. Mal, der Film. Ich bin alleine zuhause. Ich bin alleine zuhause. Ich bin alleine zuhause. Ich bin alleine zuhause. Na gut, ciao. Mach mal ganz kurz mein Zimmer aufhauen. Nö, hab keine Hunde. Ich zock. Ja, ich weiß, was falsch bringt sie. Ja, ich weiß, was falsch bringt sie sind. Doch, komm her! Herzen wir immer. Der ist ja immer hoch. Ciao. Ich hätte eigentlich nicht erst zu dem Copyright sehen können. Der Adler-Tanz. Hör einfach irgendwas vor, Michi. Bist du der echte Zocker-Wichtel. Michi, man hört euch im Spielkanal. Der Spaß, ihr müsst es ausmachen, ne? Also alle hören euch, ne? Den uns im Team sind. Durch die Decke! Kati! Michi, weißt du, wer Michi abonniert hat? Bin ich halt egal, wo's? Meine Schwester! Null! Nein! Erstmal flexen. Oh, schade, das sieht man im Stream gar nicht. Wie viele Wins ich habe. Wir können ihn auch so, wir könnten ihm so hart ein Copyright-Claim geben. Ja. Ja. Der schießt sich einfach an. Hier geht's, keinem. Wir können ihn die Karten auspäunieren, die Karten auspäunieren. Denn die Karten auspäunieren! horse adder, die Karten auspäunieren! Auf, das Wien noch mal, Karten auspäunieren! Phak, das ist fähig überrascht! Ich bin max auf, was ich sicher. Ja, wer redet denn da die ganze Zeit? Mein Bruder oder einer von dem Chat, keine Ahnung. Könnt ihr aufhören zu labern, diese Spasten? Ja, ihr müsst auch den Spülkanal verlassen, die Spasten. Ah, man hat auffliehen! Er lebt! Er ist allein! Der Helikopter hat mir das Leben gerettet. Ich hab ein bisschen Action-Manier, oh Scheiße, ich bin tot! Ich hab den Satz leider nicht. Ich mach den ähnlich, ne? Ich mach den ähnlich, ne? Ich hab den mitkommen, ne? Ich mach den wie ein bisschen Muni. Weißt du eigentlich, wer ich sein soll? Ne? Ne. Ein Ding to be lost. Ich bin der Spion von Michi und ein Agent. Moment. Ach stimmt, hab ich den Spion gehört. Nein! weißt du im Himmel? Es ist kein Mensch, das kann ich sein. Nein, das kann ich mir nicht. Es stimmig werden. Es ist kein Mensch, das kann ich sein. Es ist kein Mensch, das kann ich nicht mehr tun. Äh, warte mal, wo, wo, wo? Äh! Äh! Da ist er! Ich muss wieder Unterhaltungsflur machen! Willkommen bei der letzte Teil von Unterhaltungsflur! Unterhaltungsscholo Shuffle 3 Quartlet ist was! Nächster Teil geht's weiter mit! Unterhaltungsflur lalalala Nrw 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 ich bin immer wieder da auch noch getanzbar hier ja und nicht immer mehr durch die Ebenen Prozent gespielt hat also das andere Schirm die neue und im Team ganz ehrlich gern gelaufen die ihre Rebellen ich bin nicht im Spiel doch man kann alle Sachen anmachen doch man kann beide Sachen anmachen ich habe ein paar Schilder aus Junge bei mir zeigt er dass er im Spielschild seit einem Gruppenschild Junge ich habe Spielschild aus dieser Heck wieder der die ganze Zeit gekillt ja ich habe ihn verliebt so mich hält ich komme jetzt zu dir weil du ein guter Freund ich habe gesagt dass die andere sind das doch könnte gar wie du gesagt hast dass ein anderer dann bist du mein bester Freund den ich nicht kenne wenn du mal zuhören auch bis heute nicht weiß ich weiß ich konnte zu dir du kommst zu mir ja ich war auch dabei sein halt dass die Krüge Leiter ich wollte ich gerade die Welt verabschiedet er hat er der Gäste der Kostmann in den Mund in der KD-Zorabend schatten es sei die die er hat mich abgeschossen warum sollte ich nicht angreifen Jungen, dann hätte der Kopfkopf gekündigt, den hätte ich nicht gewollt. Denikopter explodiert. Neda, sieh auf die ganze Zeit, diese Fehlermeldung. Fehler, von wem? Jawoll, Neda. Nein, der ist sicher, der killt mich die ganze Zeit. Herr, von wo wurde Michael gesniped? Nee, der war hier auf diesem Dach. Ach so. Ich habe ihn 1,1,1 hat er gar nicht geben können, aber dann ist er abgehauen, weil er ein Pussy ist. Komm mal mit, ich hab was. Oh, ne, Schänze. Oh, da landen die Zertrecken wieder. Da, ich hab Angst wie Michael hier. Ich muss ihn töten. Pass auf, da hör von mich. Halt und 10-0. Hast du den nächsten gekillt? Gut, ich hab beide gekillt. Ja. Komm raus, der Bereich ist gekehrt. Geh weg jetzt. Ach so, da hinten. Headshot. Ja. Headshot. Stimm. Ein Pulsgewehr. Das ist ein Pulsgewehr. Nein, ich kann nicht mehr aufheben. 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 Ich kann, ich lass mich mit dir das Impulsgewehr holen. Nein ... Das hat das Pulsgewehr. Es hat das Pulsgewehr holen. alles gut kann mir irgendwer im kurs geben hey michael fertig kommt sie muss gut nein nein passt schon ich hab genug geld hat er hat er der schwarze die europäische haben warum hatte kein hier ist lautes Impulsgewehr hier ist ich hab's lautes Impulsgewehr kraftgewehr ich habe tools trommelgewehr ja das habe ich dir von penny boy hauptsache mich hauptsache michael du kennst hat die schallgedämpfte sniper oder die legendäre schallgedämpfte hauptsache die blaue schneide also die blaue schneiden am anfang hauert hat also nicht die die neue diesen neuen fortnet gibt sondern die äh ich weiß nicht wie die heißt weil ich gerade los bin halt diese blaue sniper im plan die macht 100 schaden auf bauchschuss und die legendäre schallgedämpfte macht ebenso gemacht 100 schaden jungen aus kinden bleibt so stehen ich habe keine ahnung wie die heißt wo soll ich das denn sehen nicht das repetierjagd gewährdet ich meine ich nicht mein jungen aus mit stehen ich weiß gar nicht schaden schützengewehr repetier schaden schützengewehr also g-sniper nicht und schießt weiter digga das ist ein jahr ein repetier ich weiß dass du mein schützengewehr ich weiß dass du mein schützengewehr los geht ohne auskoppelt niemand noch ein wieso was was und wer hat den ausgehen geht den flugzeug ich geh jetzt hin abholen digga ich habe ihn auskoppelt ich habe ihn auskoppelt auf drei meter ich habe den heli genaues kauft wir kommen jetzt hast du es im chat gesehen ja ich habe ihn einfach genau wer hat matz kauper der hat das in den chat geschrieben der flughafen der flughafen michael ist das super michael ist das super ich sehe es und schau wo ich bin oh verdammt ich habe verkackt du teamst michael du teamst michael du bist ein hausgelich ich hab's nicht ok du teamst doch nicht das aber ich habe es bleibt etwas mehr jetzt ist von mir freundlich sein aber ich werde jetzt nie haben ich bin ich brauche brauche schön doch ich hab dir doch nichts getan hast du einen Tanz der irgendwie Freundschaft anzeigen michael ja liebe keine reaktion auf diesen kill gerade bei mir ist ein keck der probiert mich aus auf fünf meter zu scopen äh geistig zurückgeblieben der tut der weiße moderne technologie nicht no scopen ich helfe dir wiii wie kann er noch leben ah jetzt ist er tot ich komme an diese musikere da denkt er wäre unsichtbar süß achso sohn du wie da hinten vielleicht ja doch 20 auf 27 meter gescapt sind Tiefen die Leiter jeder hat sich die Erziehung auch die Erbauten waren ich habe die Berater ich weiß dass ich gemacht habe ich bin ich glaube nein man welche waffe soll ich wegtun ganz ehrlich ich hab so gut zeug Junge okay ripp an mich dass ich das jetzt tue ich tu mal ein paar mal ja Headshot das einzigste was mit was flori sagt ich habe jetzt gerade der mit dem copyright gelandet ich so war ein Headshot tot er geht nur auf mich ich bin ein Schutzschild bruh noch ein hit da ist der hinten ist dieser Kekki Browder wie der Hals Herbine ja wie offensichtlich willst du dich hinstellen eher ja Headshot Copyright Leiter ich kill ihn Junge weinsicht bei meinem Leben Alter hab ich schaden gemacht ey der Sniper hat uns verweist falsch gekauft er wollte gerade fernzünden ja er hat fernzünder auf mich geworfen Headshot und ich hab ihn wir sind aufgehen oder das ja irgend so ein typ hat fernzünder auf mich geworfen er wollte gerade zünden ich gehörst mein Headshot Au ich hab nen Hit kassiert ich auch weil dann wieder jemand hör auf mach Sniper Junge mach Sniper Junge Dien ich mach mal du machst Abbiegen geht ich hab ihn kurz bevor du ihn gehittet hast hab ich ihn gehittet ich hab ihn 100 Schaden gemacht Impulsgewehr hat dieses Impulsgewehr hey hier landet wieder einer ach das ist er er versucht nicht loszuholen ja und er hat auch er hat ihn geschafft er hat so hat er nachgeändert er jeden Schott getroffen hat grüße gehen auf jeden Fall nicht raus oh Headshot geil Ripp an ihn digga gib mir das nütze er läuft doch den Heli oh Gegner Riesabell ich hab meine Pump mehr du hast keine Pump mehr nein ich beschütze dich ich hab meine Pump hergegeben damit ich das Impulsgewehr hab aber brauchst du das Impulsgewehr ne du hast mir doch schon dieses Schulz Ding gewehr gegeben ja ist Regal brauchst du das Stummgewehr ich hätte dir das Impulsgewehr eh auch nicht ich brauchu ich muss mir ne Pump techno ne das Impulsgewehr nimm das Impulsgewehr hast du es echt ich hab hier weg ich hab 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 so das bist du es wäre wohl das wäre im gegensatz ich hab ein schweres deck gewonnen das impulsgewehr ich habe mit neuem HP wenn ihr wisst wie das Fünftige hey, jetzt ne Dings da äh, hinter uns, die Tee wieder mal die wollte Tee-Man, die haben sie trotzdem was runtergenommen Jürg nicht oh, doch, dann hat sie dich Scheiß, Militär ich mach, Militär ich hab gedacht, einen 30er-Hit gegeben, noch einen 30er-Hit also, Militär-und-Binusfeld, aber das ist der du, ne wo ist er? wo ist er? Geht nach! Wer ist oder auch nicht? er ist tot Wer ist oder auch nicht? wenn mein Team wollte, dann haben wir mal gesagt, ne wir werden alle vernichten oh, lass doch bitte boah, ne, weiß doch, der nur wenn jetzt Spider-Man ist, dann lass den äh weil er hat mit Spider-Man geteamt ja, das ist Spider-Man er hat uns schon angegriffen er hat, weil er, weil er gesagt hat, das hier, äh, bösesegige okay, dann geteamt lassen wir ihn jetzt in Ruhe, ja warte, warte, kurz, 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 kurz was auch da ist eine alte leider hier will ich nicht ja ja gut nächster kill das ist meine früche die kippel sind sie gedroppt seine freunde töten uns die ganze zeit kein bock auf die ich hiel die hauptsache der hat mein lebenszeug ich bin mir nicht aufgehend ich bin mir die netten übelwächtiger ich weiß nicht ab ja dein ausgehen bitte nicht nicht ihn töten der Team wenn ich schieße in der Hälfte ich habe noch nie so kann er nicht gehen das ist die Notgänger Lassi die bei mir ja wie bei uns nicht sie gelaukt ja die beiden ich gehe zu dir und sie mehr gibt es geht zu mir über kippen die medien die mit dir auf die ich nicht schießen darf die die ok da der das ist dieses geisteskrank hier die wald mit dem ich den Weg die ganze Zeit mich auch komm mal rüber michael ja ok ok wenn du mich in ruhe lässt dann ok lass uns losgehen in ruhe wie ernst sind alle auf dich gehen Junge wie ernst sind alle auf dich gehen ich schwitze du nein ich hab dich in Ruhe meine Mann macht schon wieder Stress Digga hat Spider wenn du direkt nicht mit viel zu viel dann nein hallo jetzt machen alle aufhören Digga nein nein hallo nein lass dich nicht ja ne hallo ja du wirst hier nicht du wirst nicht mehr du wirst nicht mehr du wirst nicht mehr aufhören du wirst nicht mehr aufhören nein warum was macht ihr Hilfe nein 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 das ist der mich in der Walle vergisst so in der Walle vergisst Michi komm einfach schlag einfach mit Click-Ex schlag einfach mit Click-Ex schlag einfach mit Click-Ex Alter wie viele sind jetzt schlag einfach mit Click-Ex die ganze Zeit zuerst dir ist einer ist der schlag einfach mit Click-Ex schlag einfach mit Click-Ex zu uns finder sie schießt nach weg neim nein die geht auch nicht zu dir die geht auch nicht zu dir die geile Hölle nein Hilfe bitte nicht immer jemand war glaubte dass er hat alle klatschen 8 und zwei gesnabt hat da hat wieder einer mit der Städte ich die Nachhinein in der St und die K bei die Okay, tschau. Tschüss. Einfach den Paschen, Digga. Geht, geht, geht. Ist doch geht, ist doch geht. What? Oh! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Boah, alter! Wer hat uns Rakete auf uns geschockt? Oh, sie wählen ja! Spiderman! Das ist Spiderman! Nicht Spiderman! Das ist Dorsken! Hier, kein Helikopter macht, Digga. Oh, ich hab schon! Oh, ich hab schon! Oh, okay! No one, nein! Nicht Dorsken, Digga! Nicht der! Alter! Niki, komm lieber! Schlag mit Pickix, Tüter! Weil die denken, die bis Gegner! Aua, aua! Die hab ich getötet worden! Digga, ihr wischt doch! Jogi, könnt ihr euch nicht meinen Namen merken, Digga! Seid irgendwie komplett behindert! Ja! 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 Oh, okay! Ja! Ich holen Usknapp! Ich holen Usknapp! bei allen Timo aus dem Moskent aus negativer Timo hat sie gesprach nach... äh... ja Timo oh, ich muss nicht schnell anhören, was möchtet er von mir? wahrscheinlich wieder über mich meckern warte, jetzt Moskent ist aber nicht zufrieden nein, das ist beste Internetverbindung das ist beste Internetverbindung nee, das ist beste Internetverbindung bleib stehen bleib stehen dann, ich hole die Schaden ab oh, wenn man jemandem Schaden hinzugefickt hat, weil man Helikopter fliegt juhl juhl wo ist es, alle aufhören? alle aufhören na, 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 na na, na, na na, na, na ich war bin wieder da jetzt läuft sie mir hinterher jetzt läuft sie mir hinterher jetzt wird der nicht ganz nix jetzt rennt sie mir hinterher ich wurde gesnaped vom spiderman er killt alle 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 er hat mich auch er er rullo bist du rullo bist du heißt der rullo bist du ach, er den kenn ich wunderschön tanz ich hab Backflip gemacht wir müssen rullo bist du töten z ich versuche zu euch ich hab vortrag nachricht voll abwachen da hab ich nicht wieso Ich versuche mit dem Auto zu euch hochzukommen. Nein! Häng fest! Hilfe! Hilfe! Ich häng fest! Hilfe! Was hab ich gesagt, Leute! Hilfe! 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 Ich häng fest! Hilfe! Ich häng fest! Hilfe! Kann mich mal irgendjemand rammen von euch? Nur als wir jemanden rammen, der ja alles ist! Ich häng hier fest! Ich häng hier fest! Was? Doch! Timo! Du musst auf Playstation Network gehen! Da hab ich dein Freund! Hoffentlich nicht Timo! Ja! Nee! Der kann sich nicht leicht verbringen! Nee! Er spielt sich nicht mit! Er hat nur gesagt, dass ich ihn auf der Freundesliste gelöscht habe! Du wolltest ihn los, dass es nicht zu finden ist! Nö! Ramm uns! Ramm uns! Nein! Lass ihn! 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 Au! Spiderman! Spiderman! Der Spiderman! Der betrifft! Digga! Kandid! Alter! Ich kriege ganz einfach! Epp! Das ist kackt! Ab! Oh nein! Oh nein! Papier ist nächstes Mal! Du hast was wieder passiert! Nein! Oh nein! Hier liegt wieder Rugo, Digga! Ich versuche jetzt mit dem Autozeugen! Ich wuchs! Tschüss! Oh nein! Oh, Rocket Digga! Ah, Digga! Nur! Timo am lost seine! Oh, Bruh! Will irgendwer mit mir versuchen, aufs Dach zu kommen in irgendein Auto! Ah! Ich schaff das! Ach! Ich geh zu vor Gegner! Ich mach die Töten! Ne! Komm zu mir! Sind da genug Gegner? Nein! Ne! Ne! Alle Gegner ziehen, Digga! Ich mach aber tote Gegnerszene! Und keine Team mit dem Gegner! Alter! Oha! Ich hab dich hochgeboostet! Was bei dir ist halt? Nein! Das bin ich! Ich schaff das, ich war damit! Nein! Du wirst nicht schief! Du wirst nicht weg! Ich habe sie geschafft! Ich habe dich geschafft! Okay! Ich kann mich jetzt Dawn. Noch einmal zu nehmen! Wir müssen jetzt dazugehen. Wir müssen wieder mal. Ich bin für dich nicht Team mit. ich bin komplett gegenseitig auf dem Platz bei der Konferenz die Komponenten die ich bin ein Helikopterkampf ich hab'n Gegner angefahren ich hab' auch zu den Gegnern gefahren die die Karte gibt es ja das Geld meine Freunde und Freunde die die Bekläge weiter auch Flüttemberg die Handkrieg Oha! Oha! Mich! Ich hatte überall gehackt! Ja, jetzt kommt das Fliegen des Jahres! Boah, Digga! Ich hab's nicht geschafft, aufzuhören! Hallo! Ich hab's nicht geschafft! So, wie er mich deckt hat! Ja, Moin, das wird immer lassen! Ich hab's dein Auto drauf! Lass mich auf dein Auto drauf, Michi! Die hassen mich! Ich versuch, aufs Haus draufzukommen, aufzuholen! Die töten mich! Die sind ehrenlos! Der, du hast ja auch immer die ganze Zeit abgeschossen! Natürlich schießen dich ab! Dann töt' ich sie, weil's Spaß macht! Oh, hier ist der Verräter! Hier ist der Verräter! Hier ist der Verräter! Wehe, du killst mich! Wehe! Oha! Komm, hinz! Oha! Komm, hinz! VK, 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 VK! Oha! Nein, ich steck schon wieder fest! Wieso müssen wir teamen? Ich hab keinen Bock mehr auf Teamen! Dann greif sie halt an, Junge, aber dann bist du halt instant tot! Nö, die sind, die sind nur! Der eine ist alleine und die andere sind! Die Käpte leben alle gegeneinander, nein! Ich hab' nicht gedacht, bitte! Was hast du denn hier vormittrig zu tun? Seitdem ihr wegzahlt, kämpft, jeder! Nein, warte, muss ich aufnehmen! Ja, Michi, ich hab's geschafft! Was ist, Michi? Ich hab's geschafft! Ich muss den Frieden wiederbringen! Ich muss Frieden wiederbringen! Frieden auf die Erde! Nö! Es war inkreativ! Ja, wieder! Egal wie, jeder bei dir landet! Und wenn ich rüberkomme, wird dich jeder angreifen! Und genau! Habe ich noch nicht! Michael, komm unter! Ja, komm! Oh, du lachst jetzt wieder! Meine Wunderschönen nicht für mich! Junge! Die sind dabei zu stehen! Geh weg! Die macht mein Auto kaputt! Warum macht ihr mein Auto kaputt? Bitte! Nein, die machen mein Auto kaputt! Hör doch auf, die zu schießen! Die machen mein Auto kaputt! Ja, hier schieße ich auf die! Guck, wieder alle sind wieder bei mir! Ja, wenn ich auf die andere Darseite komme, wird mich jeder töten möchten! Wettel! 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 Wenn nicht einer sieht, greift mich jeder an! Wettel! 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 Ich hab ihn easy! Mach's den mal! Wettel! 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 Alle ist feinig! Alle wieder auch für die Kopf. Ich hab ihn Notfall! ich habe schade erlaubnis ich habe schade erlaubnis der Schade auf der Schade warte mal ja meine ich erziehe die Katten keiner ziehe die Katten ich bin nicht die Katten ich bin nicht die Katten ich bin nicht die Katten Warum? Warum? Warum sind hier viele mehr Mädchen an Stattdienst, Digga? Äh, nö. Entweder alle Männchen ist nur ein Wettpass-Game gezwungen, weil die Moa hat die auch. Oh, ja. Oh, er spielt nur, weil... Keine Ernst. Oh, fein, der kann ich was! Ich wollte sogar ein Mädchen sein! Eier! 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 Ich hab Angst vor Spider-Man! Ja, dass uns die ganze Zeit töten und dann auch freundlich machen müssen! Ich hab Angst vor Spider-Man! Der macht mehr Angst! Junge! Ah, gut! Ich komm mit nach vorne! 203er Pumpheadshot! Der hat uns die ganze Zeit gekillt, der hier! Loll, er fliegt da einfach! What the fuck is er! Er flog da einfach! Nee, die Jetpack und schon wieder aus! What the fuck is er gesagt! Ja, aber ganz ehrlich, Junge, das war doch kein Jetpack mehr! Der ist einfach so geflogen! Ohne irgendwas! Juuu! Der ist ja gut, Digga, ne? Den alle hat... Digga! Er schießt einmal! Sagt... Gibt's so weit seine Location an! Insta-Down! Hey! Ich hab ihm einen Ausgau-Wertschatz gegeben! Nee, auf die Koffer! Ach, die Koffer! Ach, ihr wisst, die töten! Diese Stück Scheiße! Ich lasse den Koff! Ich lasse den Koff! Nein! Nein! Ich troste! Nein, ich hab ich nichtricting! Ich troste! Ja! Nein, ich lass's nicht bei dir, ich dich anschließendiete! Nein. Nein, ich mach dich! Ich hab mich an equiv dreams ejercienten! Auf die头en oder woher du nur noch zu keinem waren! Sie Nirgendwo alleges variations started sind! das nicht so gut ist sie sind tot es ist bei dem helis das ist ja der Verräter kommt, 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 alle was wir bereits haben Spidey ist der Verräter Nee, der bei uns Spidey, I don't will do you anything Michael sagt, ich soll dich in Ruhe lassen dann natürlich nicht Ich kann es auf einen verriegenden Tanz Nein, der ist ja voll darauf ausgelegt, mich umzubringen Ich war voll kopiert, aber du? Aber wenn ich sehe, ich in der Nähe Digga, die sind beide, ich bringe ihn jetzt um Ist mir egal, was du sagst Michael, ich bringe ihn jetzt um Ho, er endlich ist er wieder tot Okay, nein, mach ich doch nicht, weil mich, weil ich auch nicht höre Auch wenn's eigentlich komplett Dummes Mich hier Mit mir Wir, lass mich doch auf dich schießen Buddy, Daddy is back Og, Daddy Is back Weltfall Alter Was sind ihr denn, alter Ich hab ja auch so eine Headshot gegegnet. Ich geb die ganze Zeit Leuten auszusehen Headshots. Ich hab nur auf sie gezielt, damit ich sie besser sehe. Und dann geb ich ihr auf einmal einen Headshot und ich denk mir so, what the fuck, geht's los? Ganz vorne, wenn es weiter hat mich gekillt. Nackenbruch, ich kill ihn. Ach, könnt ihr Teamen einfach deaktivieren und einfach alle töten? Was für Teamen deaktivieren? Einfach nicht für Teamen, einfach bitte. Genau, wenn man muss, ähm... Ach, Kini, Digga. Digga, ich kämpf hier gerade gegen gefühlt jeden. Alle lang auf die Haus. Zeig! Jetzt sicher mal schauen wir uns, die hypocrisy- und hersteller medic. Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf,ě Ji. Spidey! Spidey, 9z! Spidey. war ein speichert mich die ganze zeit ich hab's beide gekillt endlich level 88 88 das tut er freut sich erst wirklich nicht die ganze zeit schon weiß schon ich habe ihn ausversehenden headshot gegeben aber er ist mir gar nicht böse ich hab ja voll nett oh der Hände hier ist dieser Barreta Barreta Fien kommt Spidey Spidey, diesmal nicht Spidey kommt die ganze Zeit zu mir und bricht ich mich um Really? Ja Nee nicht die schon wieder, kämpfst dahin Ich hab schon einen Impulsgewehr Hit gegeben Die will die ganze Zeit ziehen und dann greift seine ab Ah, Copyright Gleiter Ich hab ihm einen Hit gegeben Der Gleiter ist Copyrighted Der Gleiter meint diese Marshmallow Oh, Sheet Ich bin eine Wache, was soll ich tun? Soweit Welche Töten Nein Nein, 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 nein Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn lassen Wenn er freundlich ist, soll er freundlich sein Ich hab ihn zwei Ich, ich hab ihn zweit, ich hab ihn zweit, ich hab ihm zweit die vermittelt es gibt die die Welt anziehen außer drei die Kanzler die hier alles bei mir mal die es dann sponzen kann da d d alle von wo hat er jetzt schock gekriegt ich sehe schon wieder warum gehst du sie du ärztliche aber das sind die verräterin die sind in unserem Team ich kann nur ich weiß nicht er ist nicht bei uns zu in diesen Etenen Töten 2 bei dir ja weil gut gemacht bei dir 4 hier sind nicht in unserem 2 sind nicht in unserem Team Spidey und die andere Nette mhm Digga verpiss dich du stärkiges Stück ja doch auch immer umzubringen du kannst mir keinen Schaden machen ich bin in deinem Team hier ist Spielermann hier ist bei die Töse oh nein die Laser, die Laser, wir befinden den Weg, wir befinden ja bring dich in Sicherheit, bring dich in Sicherheit nein komm doch nicht zu uns rüber bist du komplett dumm da oben du hässliche, warum bringst du sie hier oben, warum bist du irgendwie komplett behindert welches Team ist sie nein und die Schlette die Team 10 ich geh jetzt Team 10 ey auch, kein Bock mehr jetzt bring ich die alle um alle ja ich bring alle um kein Bock mehr mit denen ne die haben ach Spiderman und diesen Freude oder was? jetzt in zehn mit denen der team zähne egal aber auch für mich aber egal jetzt will ich auch alle tüten mit dir mich hier ich bin ich bin ich habe auch viel zu tun ich dachte mir und ich meine ich will jetzt nicht nur aus dem Räden zu entnehmen ach komm sein ich kann es nicht Michael, ich will dich nicht töten. Michael, ich will dich nicht töten. Ich will dich nicht töten, Michael. Nee, nee, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Wir müssen noch ein bisschen holen. Da kann ich auch besser eh nicht. Oh, hier sind alle tiefstehen. Oh, shit. Das übernehme ich wieder nicht. Ja, ich bin tot. Ich auch. Ich hab's gewonnen. Tschüss. Wie? Ah, ich glaube, ich weiß sowieso. Oh, lass rausgehen, es dauert lange. Lass rausgehen, ich hab keinen Bock zu warten. Ich auch nicht. Alter, ich darf heute noch ein paar Stunden spielen. Let's go. Aber du hast leider kein Rett die Welt. Ja, leider. Ich krieg auch noch Rett die Welt. Das ist sicher. Stimmt man nicht. Michael, hast du das gehört? Der kriegt noch Rett die Welt. Digga erfolgreich ausgelockt. Willst du mich verarschen spielen? Manuel ne откontottt hein. So vorifiere. Troхital. mess... … Lerot ... Den Füß. Wurdest du auch rausgekickt? Hey, du hast um 13 Ue nichts zu tun, außer im kalten durch die Matsch zu laufen. Ach, warum funktioniert denn Fortnite? Das ist so ein Schrott hier. Wurdest du auch gekickt? Wurdest du auch rausgekickt? Ich komme nicht mehr rein. Wurdest du auch rausgekickt? Wurdest du auch rausgekickt? Wurdest du auch rausgekickt? Wurdest du auch rausgekickt? break? Wurder und kann die pres mayoríaranischen Herzen baut haben. Wurdest du auch rausgekickt? Wurdest du auch rausgekickt? Wurdest du auch rausgekizza? Vielen Dank. 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 Nice, bro. Vielen Dank. Wait 16 seconds. Server reagiert nicht. Ach, wie toll das alles ist. Hallo Michael. Okay. 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 funktioniert nicht diese scheiße wenn eigentlich ich kann eigentlich leistungen nach nur an die kinder dann nach ein schönes Jahr und die können werden versuchten vorzunehmen ist weil ich habe ich spiele die man leistungen können gut und dann kommt nicht die zahlen 18 16 jährige spiel ich habe auch ich spiele die ich streamen kann jungen Kreml-Karten Nürnberg Panzer der Flori hast du schnell mehr Kast das hast du sein gespielt die Perspektive A es können wir weiter schildern ich habe ich habe nur zwei Autos oder sogar drei gesagt den Nissan 150Z dann ein Lotus und und vor Ort als auf dem Noten Notenstürzen und Notenstürzen so war es ja nicht ich bin das Bein mit Klinik ist langscht mit dem Jünger werden das Problem ist wenn ich fort mit Neustart erendet der Livestream ja aber ich habe das gemacht und das hat nicht gedacht Null und der Livestream geht gerade erst mal keine Ahnung wie lang ja und Fernsehen seit 120 ein Menü und er hat einen letzten gesetzten Ersatzten und heißt zwei Stunden mit er dann würde ich mal sagen tschau Leute wir sehen uns gleich vielleicht in Need for Speed Heat wieder weil wenn ich jetzt noch weiter streamen würde würde es eh nichts bringen weil Fortnite eh nicht startet also würde ich mal sagen tschau Leute